wenn ich mir nichts an kein Problem wenn du mit der Waffe ein Crit machst ist das ganz geil Stromkabel Stromkabel komm mit wir müssen das Stromkabel verfolgen äh sind das die Dinger sind das da kann man das ausschalten ist aufgegangen aber lass mich vorher gucken bitte ich sammle nur die Munition an die Themen wäre geteilt lass mich vorher gucken ja und du stehst schon direkt vor ich würde die ne ne die verbraucht zwei Munition ich würde die untere links nehmen auf jeden Fall oder ja die nehme ich mit ja die ich habe sind alle besser ja die ich habe sind besser als die die hier sind ja nehme ich noch eine mit ja ja mal schau mal eben Waffen wechseln oh muss denn Muni okay ah nice ähm sag ich schon keine Ahnung Team Gesundheitsreck okay könnte ich kaufen und Speicherpumpen und Speicherpumpen und Speicherpumpen Waffe ist wundervolle Waffe brauche ich nicht ich brauche schon eine Waffe brauche ich nicht Waffe 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 kauf schon endlich eine Waffe naja wäre besser aber ne die Doppelschüsse ist generell besser äh das ist Munition Waffen jawoll ja ich hab für mich nicht wirklich was dabei ne ich will so eine SMG haben da ist die Gawas explodiert wie beim Nachladen ja die nehme ich SMG Marizingröße äh und das kaufe ich ist ein großer leuchtener Stamm äh was ist ein großer leuchtener Stamm warum hat er gerade Busen also die Waffe gekommen ne ich hab mich gerade konzentriert was ich am Kaufmann werden das behalte ich mal äh wir haben gerade schon eine halbe Stunde ja sicher ne nicht ganz 25 Minuten ja oh kommt ein Bossfight mach auf das scheint nach dem Bossfight zu sein ja wird auch wahrscheinlich sonst weht hin Tür Tür okay erstmal looten Arschloch wo rennst du weiter wo rennst du weiter Arschloch weil ich gerade da zugange war du gehst dran und ich mochte von der Ferne egal ich krieg dir erstmal das ins Gesicht ah da sind zwei ach du scheiße oh da kommt was kannst du kannst du mal eben ablenken ja so wirklich ablenken kann ich nicht das ist das also nicht noch schön in den Rücken rein ja jetzt geht er voll auf mich los ja ist schön wo bist du da ist eine kleine Scheiße äh links 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 muss er also der eine ist nervig der kleine oben das glaube ich vorgebe mir bitte doppelwaffen okay einer schon mal down der ist tot sohn einer mutter sohn einer mutter sohn einer mutter Waffen geradeaus Ja ich weiß dass da Waffen sind Ja wir gucken erst Gucken ob da noch was ist Oh Granatensitze Äh der wär interessant Der dritte für mich der hat nur die unteren Wär besser Ok dann nehm ich den Ok den anderen verkauf ich Ach guck mal hier ist noch eins Hier sind Waffen Oh leck mich Moins Was ist das denn hier eine Shotgun Ein Blaster Ich hätte unten Dann nehm ich die ok Ich muss aber eben eine Waffe loswerden Ne Anpassung ne Anpassung Alter Ok Mal gucken Der Blaster Zittus Ja Ich hab da nur einen von ne Ja ja Nur egal Ja doch egal Uuuhhh was ist das Zittus Zerstörer Zappetern Hör auf den Mord mit einem verdammten Riesen Laser zu datieren Nichts und total Total Ja, vor allem, ich kann nicht alles sehen, das ist kacke, dadurch. Doch jetzt. Ja, ich rotz alles weg jetzt. Oh, 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 oh. Ja, du rotz alles weg, ich schwende meine Muni dadurch, danke. Boah, geh doch mal kaputt, das Ding. Äh, auf anderen Seite ist noch was. Das Geschittsdurm hier vorn. Geht doch. Das Dreckste. Alter, muss ich erst... Oh, Badass habe ich hier bei mir. Badass? Gott, hier ist ein Ziege. Hm, der ist aber nicht mehr... ...ganz heile. Ja, ich will. Max. Dreck ist er. Der ja. Der Flach. Alter, ein Gbeer. Alter, ein Gbeer. hast mehr gehabt ich war für die 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 sterben ich tausche mal die gegend die aus nichts 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 die halten wieder nicht wo sie hin sollen pass auf ich mache special effekt ich weiß nicht was kommt aber meine munition ist gerne für die waffe du verpiss dich noch nicht ganz was noch nicht ganz ich würde sagen wir gehen zu dem ausrufezeichen hin noch was da hinten ist